Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen Morgen an diesem Freitag, dem 26.11.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1125, heute mit vier kleinen Themen. Telegram, Kia, MyFritz App und Anrufbeantworter. Und eigentlich hätte ich nicht Telegram sagen sollen, sondern vielleicht Ersatz-Dark-Web oder das kleine Dark-Web oder das Dark-Web des kleinen Mannes oder das Dark-Web der Impfungverschwörer etc. Auf diesem Telegram sind tausende Impfzertifikaten für Italien aufgetaucht, die aktuell regelmässig und in grossen Zahlen gefälscht werden. Passiert übrigens leider auch in Deutschland und in der Schweiz. Der Grund ist in Deutschland relativ einfach, in Italien besser gesagt, denn da gilt seit Oktober die 3G-Regel am Arbeitsplatz und auch sonstige Verschärfungen. Also soviel immer wieder mal dazu, zu den extrem starken oder schwierigen oder heftigen Dingen, die wir in der Schweiz haben. Hashtag nicht oder wer auch immer. Bitte denkt daran, am Sonntag ist Abstimmung, geht und stimmt ab. Egal in welche Richtung, logischerweise am besten in die richtige, aber auf jeden Fall abstimmen ist wichtig. Die Polizei sagt übrigens nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer wieder, man solle seinen eigenen Impfausweis, seinen QR-Code nicht fotografieren und öffentlich posten, denn anhand der Nummer, der Chargennummer, die unten dran steht, können eben so lustige Schwurbel-Fälscher Covid-Zertifikate fälschen. Nicht ganz narrensichere, aber es gelingt immer wieder. Kia, der Autohersteller, der unter anderem auch einige E-Cars hat, der investiert in die Firma Ionity. Ionity hat ein Schnellladenetz, was aktuell noch aus relativ wenigen Ladepunkten besteht. Das heisst, aktuell sind es 400 Schnellladestationen, die insgesamt 1'500 Ladepunkten haben. Durch die Investition von Kia bis und mit dem Jahre 2025 möchte man hier von 1'500 auf 7'000 hochkommen. Da Kia bis im Jahre 2026 weltweit 11 neue Elektrofahrzeuge auf den Markt schmeissen wird, ist das natürlich ein Need für diejenigen und eine gute Win-Win-Situation für beide. Oder man könnte sogar Win-Win-Win, weil der Kunde gewinnt dann damit natürlich auch. Es geht dabei übrigens um 350 Kilowattstunde Ladepunkte, also richtig ein bisschen schnellere Geschichten, als man sonst kennt. Dann gibt es zwei Neuigkeiten aus dem Hause. AVM, zum einen ist die MyFritz App 2.5 da. Wer Fritzbox nutzt, der sollte sich die App runterladen. Wer sie schon hat, sollte das Update machen. Es sind Kleinigkeiten, die ausgebessert werden, aber Dinge, die praktisch sind. Zum Beispiel werden neue Geräte als Nachricht angezeigt, welche sich ins Netzwerk einloggen oder einbinden. Ihr habt einen vereinfachten Zugriff auf eure Fritzbox und so weiter und so fort. Der Rest könnt ihr gerne im Blog auf daily.tiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens nachlesen. Und die zweite Neuigkeit ist, AVM, die Berliner Netzwerkspezialisten, die warnen davor, dass aktuell sehr viele Pishing-Mails vermeintlich in ihrem Namen unterwegs sind, wo es um den Fritzbox-Push-Service-E-Mail-Geschichte geht, wie man eben zum Beispiel das Passwort zurücksetzen kann etc. Und sie sagen, wer den Dienst nicht nutzt, sollte da ja nicht draufklicken und erst recht derjenige, der oder diejenige, die den Dienst nutzt. Einfach nicht draufklicken, ignorieren und deleten und gut ist. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten und somit ist auch die Woche schon wiederum. Ich wünsche euch, wenn ihr habt, ein schönes und erholsames Wochenende. Ansonsten, wie bei mir, ein schönes und arbeitsreiches Wochenende. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.